Ab heute wird der Wahlkampf noch sichtbarer. Die Plakate werden aufgehängt mit Katharina und mit mir als Spitzenkandidatin für diese Europawahl. Wir machen Europa sozialer, wir machen Europa nachhaltiger, wir machen Europa demokratischer. Und ich freue mich sehr, dass alle heute ausschwören, um diese Plakate aufzuhängen, um die besten Plätze zu finden. Ihr habt Erfahrung da drin, ihr habt Engagement, wir werden sichtbar sein. Und wenn ihr darüber hinaus noch Lust habt, mit Katharina und mir zu diskutieren, habt ihr die Gelegenheit, nächste Woche am Dienstag beim Arbeitnehmerempfang im Spreyspeicher. Ich freue mich und jetzt geht's los auf die Plakate. Hängen, Europa ist die Antwort.